Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir eines meiner Lieblings-Candlestick-Patterns, dem Shooting Star Candlestick-Pattern bzw. der Shooting Star Kerze. Das, was du hier bereits siehst, das hier ist keine Shooting Star Kerze. Ich möchte dir aber im heutigen Video ganz, ganz kurz und knapp schnell zeigen, was eine Shooting Star Kerze ist, wie du sie erkennen kannst und welche Strategien es gibt, um beispielsweise diese Shooting Star Kerze dann zu nutzen und in deinem Trading einzubauen. Ich würde sagen, wir schauen uns die Shooting Star Kerze an. Ich zeige dir objektive Regeln, wie du die Shooting Star Kerze immer in jedem Chart erkennen kannst und wir verlieren keinerlei Zeit, starten direkt rein nach dem Intro. Wie bereits im Intro angesprochen, ist das hier keine Shooting Star Kerze. Wieso ist das hier keine Shooting Star Kerze? Und dazu gibt es objektive Regeln, wie wir eine Shooting Star Kerze definieren. Für mich ist eine Shooting Star Kerze eine Kerze, dessen Kerzenkörper zwischen dem 0er und dem 38er Fibonacci Retracement liegt. Das bedeutet, wir machen hier mal raus, das ist eine Shooting Star Kerze. Und dazu streichen wir einfach das K weg. Also das hier ist jetzt eine Shooting Star Kerze bzw. Shooting Star Kerze. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Kerze dementsprechend anpassen. Wie bereits gerade erwähnt, nutze ich immer das Fibonacci Retracement. Wenn wir das Fibonacci Retracement einmal ausfahren, sehen wir bereits, wir haben hier oben das 0er Retracement, das 23,6er Retracement, das 38,2er Retracement, das 50er Retracement, das 61,8er sowie 65er, das 78er, 78,6er und das 100er Retracement. Wie definiere ich nun, wie bereits gesagt, eine Shooting Star Kerze? Eine Shooting Star Kerze wird genauso definiert, wie auch eine Hammer Candle. Das heißt, eine Shooting Star Kerze muss zwischen dem 0er und dem 38,2er Retracement seinen Kerzenkörper haben. Und das schauen wir uns jetzt ganz mal an, wie wir das Ganze auch applyen. Das heißt, wenn wir im Chart eine dieser Kerzen sehen, nehmen wir unser Fibonacci Retracement von dem unteren Teil des Wigs, das heißt des Kerzendorts, bis zum oberen Teil des Kerzendorts. Von links nach rechts. Ziehen wir das Ganze einmal an. Jetzt sitzt das Fibonacci Retracement an der Kerze. Wir sehen, oben ist die 0. Beziehungsweise hier müssen wir das Ganze einmal rumdrehen. Wir ziehen von links nach rechts, von oben nach unten an. Unten sitzt die 0. 23,6, 38,2. Und jetzt sehen wir bereits, dass dieser Kerzenkörper das 50er Retracement überschreitet und kommt sogar fast an das 61,8er Retracement. Das ist also keine Shooting Star Candle. Wie bereits gesagt, ist eine Shooting Star Candle, wo der Kerzenkörper innerhalb des 38,2er Retracements liegt. Das heißt, das hier, das ist eine Shooting Star Kerze. Wir machen hier einmal das 161,8er Retracement raus, damit wir nur von 0 bis 100 haben. Wir haben jetzt also eine Definition für eine Shooting Star Kerze. Wir brauchen den Kerzenkörper sowie den Kerzenwig. Wir ziehen unser Fibonacci Retracement vom oberen Teil bis zum unteren Teil des Kerzenwigs an. Und wenn unser Kerzenkörper innerhalb der Range von 0 bis 38,2 liegt, haben wir eine Shooting Star Kerze. Wäre das nun ebenfalls eine Shooting Star Kerze? Ja. Warum ist das der Fall? Weil hier immer noch unser Kerzenkörper, der rote Bereich, zwischen 0 und 38,2 liegt. Ist das hier immer noch eine Shooting Star Kerze? Nein. Warum? Weil der Kerzenkörper, der rote Bereich, hier oberhalb des 38,2er Retracements liegt. Wir sehen also, diese Kerze muss so, so, so oder auch hier oben liegen. Das heißt, wir brauchen immer den Kerzenkörper zwischen 38,2 und dem 0er Retracement. Gilt dies ebenfalls für eine grüne Kerze? Ja. Wir können hier genau dasselbe Beispiel machen, wie für eine rote Kerze. Hierzu muss aber gesagt sein, eine rote Kerze ist in meinen Augen nochmal eine stärkere Shooting Star Kerze. Wie wir das Ganze nutzen, erkläre ich gleich. Erst einmal müssen wir hier für die grüne Kerze definieren, was eine Shooting Star Kerze ist. Und auch hier ist es der Bereich vom 38,2er Retracement bis zum 0er Retracement. Das hier wäre also eine valide Shooting Star Kerze. Warum nutzen wir diese Kerzen jetzt so, wie sie sind? Wir ziehen diese Kerzen einfach mal ähnlich und wir schauen uns die Kerzen einmal an und ich erkläre dir, warum diese Kerzen genauso gehandelt werden, wie sie gehandelt werden. Eine Shooting Star Kerze ist erstmal eine bärische Kerze. Das heißt, der Preis, der fällt, nachdem diese Kerze eintritt. Warum fällt ein Preis, nachdem die Kerze gekommen ist? Weil die Bären, das heißt die Verkäufer, die Kerze übernommen haben. Wie sehen wir das Ganze in der Kerze? Naja, wir haben in dieser roten Kerze hier oben den Anfangspreis und hier unten den Schlusspreis der Kerze. Das heißt, hier ist die Kerze gestartet, sagen wir um 12 Uhr und wenn das hier eine 5-Minuten-Kerze ist, dann ist hier unten die Kerze geschlossen um 12 Uhr und 5 Minuten bei einer 5-Minuten-Kerze. Ich denke, das macht auch Sinn. Das heißt, wir fangen hier oben an, wir fallen, deshalb ist die Kerze rot und hier unten ist der Kerzenkörper geschlossen. Was ist aber innerhalb dieser 5 Minuten nun passiert? Das zeigt unser Kerzen-Docht. Das heißt, die Kerze ist hier oben angefangen, ist dann innerhalb der 5 Minuten einmal bis hier oben hin gestiegen, was natürlich sehr, sehr stark war. Das heißt, hier waren die Bullen, das heißt, die Leute, die am Markt gekauft haben, sehr, sehr stark und trotzdem innerhalb derselben 5 Minuten ist die Kerze bis hier unten hin wieder gefallen und dann hat sie dort geschlossen. Noch stärker als diese Shootingstar-Kerze ist natürlich eine Shootingstar-Kerze, welche hier schließt, weil wir dann am Minimum der Kerze geschlossen haben. Dennoch definieren wir auch hier so eine Shootingstar-Kerze. Das heißt, jetzt verstehst du, warum diese Kerze bärisch gehandelt wird, warum der Preis nach dieser Kerze fällt, weil die Leute, die gekauft haben, bis nach ganz, ganz oben gekauft haben und dann trotzdem diese Kerze abverkauft wurde. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel Abverkaufsdruck in dieser Kerze gesehen und dementsprechend verkaufen wir diese Kerze. Bei der grünen Kerze war es ähnlich. Hier ist der Preis dort unten gestartet, er ist hier geschlossen. Das heißt, der Preis ist von hier einmal nach oben gewandert, ist dann wiederum nach unten gefallen und ist dann hier wiederum geschlossen. Das zeigt ebenfalls, dass wir einmal gestiegen sind und wieder stark gefallen sind. Deshalb ist es dieselbe Kerze. Dennoch sage ich weiterhin, dass diese rote Shootingstar-Kerze noch ein wenig stärker ist, weil der Preis natürlich weiter unten geschlossen hat als bei dieser grünen Kerze. Das ist also die Shootingstar-Kerze. Deshalb handeln wir die Shootingstar-Kerze nach unten. Und jetzt schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wie man diese Shootingstar-Kerze dann wirklich im Chart traden kann. Dieses Video ist gesponsort von XTB. XTB ist der Broker meines Vertrauens, auf dem ich auch selber trade. XTB stellt nicht nur die meiner Meinung nach besten Konditionen für das Forex-Trading, sondern auch für Kryptowährungen und Indizes. Aktuell bekommst du bei XTB sogar 4,2% Zinsen auf nicht investiertes Kapital, was unschlagbar ist. Der Broker ist mehrfach ausgezeichnet und reguliert. Traden kannst du, wie du auch in diesem Video siehst, über die XTB XStation. Ich habe dir den Link mit den besten Konditionen zu XTB unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren des heutigen Videos. Hier sind wir im ersten Beispiel und hier möchte ich von dir wissen, ab welchem Moment wissen wir, dass der Aufwärtstrend hier vorbei ist. Das ist gar nicht so einfach zu bestimmen, wenn Aufwärtstrende, die können einfach mal so enden. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Anzeichen dafür, dass ein Aufwärtstrend hier einfach vorbei ist. Wir sehen, der Aufwärtstrend fängt hier unten an, hier mit einer Hammercandle. Wer das Video zu Hammercandle noch nicht gesehen hat, ist es vor ein paar Wochen auf dem Channel online gekommen. Einfach suchen, steigen wiederum an, Hammercandle steigen wiederum an und steigen hier weiter bis zur nächsten Hammercandle, steigen weiter, steigen weiter, steigen weiter. Fallen hier das erste Mal ab. Das sind immer Punkte, die ich mir im Chart markiere. Das heißt, diesen Punkt, den markiere ich mir hier im Chart. Von hier ist unser Kurs das erste Mal nach diesem Aufwärtstrend nach unten gefallen. Und dann fallen wir bis zu diesem Punkt hier. Von dort aus steigen wir wieder an und was wir hier sehen, ist eine riesengroße rote Kerze mit einem langen Docht und einem unteren Körper. Und da können wir doch einfach mal schauen, was hier passiert ist. Könnte es vielleicht sein, dass genau diese Kerze eine Shooting Star Kerze ist. Dazu nehmen wir unser Fibonacci Retracement, ziehen von oben nach unten an, an den Kerzen dort und sehen, ja klar, dieser Kerzenkörper ist zwischen dem 0er Retracement und dem 38,2er Retracement. Das bedeutet, hier handelt es sich um eine Shooting Star Kerze. Bedeutet, dass unsere Tendenz hier erstmal bärisch ist. Sollte man nun diesen Trade einzig und allein aufgrund dieser Shooting Star Kerze, die wir hier gefunden haben, nun Short abschließen? Nein. Ein reines Candlestick Pattern ist kein Signal oder Indikator für eine direkte Trade Eröffnung. Was wir brauchen, sind beispielsweise Indikatoren oder Chart Pattern, die ebenfalls hier sind. Naja, was haben wir denn hier vorliegen? Deshalb habe ich diese Linien immer sehr, sehr gerne im Chart. Was wir hier vorliegen haben, ist ein sehr, sehr schönes M-Pattern, ja, was durch dieses Candlestick Pattern nochmal stärker ist. Das heißt, ab diesem Moment durchbrechen wir hier das M-Pattern nach unten und wir hatten hier bereits das Signal zum Verkaufen. Das heißt, wir können hier verkaufen, wir können unsere Position sogar nochmal vergrößern, ab diesem Moment, wo wir hier nach unten durchbrechen und wir sehen, wie schnell wir hier, nachdem wir dieses Candlestick Pattern gesehen haben, nachdem wir hier den Shooting Star gesehen haben und das M-Pattern dann nach unten gefallen sind und unsere Price Targets extrem schnell innerhalb nur weniger Minuten und Stunden bereits getroffen haben. Das heißt, hier sehen wir ein Beispiel, wie wir einen Aufwärtstrend ja, analysieren können und dann auch wissen, wann der Aufwärtstrend vorbei ist und in einen Abwärtstrend wiederum übergeht. Wie wir sehen, kamen wir hier wirklich aus einem langen Aufwärtstrend und wir gehen dann hier erstmal sehr, sehr stark nach unten und erst wieder seitwärts die ganze Zeit. Diese Punkte immer im Chart markieren, wie du siehst, werden diese weitestgehend öfters angelaufen und sind Support und Resistance. Dazu aber gleich mehr. Was ich dir jetzt noch zeigen möchte zum Schluss ist eine Art Strategie, die du nutzen könntest, um beispielsweise Candlestick Patterns wie den Shooting Star in dein Trading einzubauen. Was wir hier haben, ist eine ganz, ganz klare Abwärtstrend-Strategie. Das heißt, was wir öfter mal machen wollen im Trading ist mit dem Trend traden. Mit dem Trend traden heißt, wenn wir einen Abwärtstrend haben, dann möchten wir Short traden. Haben wir einen Aufwärtstrend, dann möchten wir Long traden. Das ist alles, was Trend Trading beinhaltet. Eine mögliche Strategie hier beispielsweise ist eine 50er IMA zu nehmen, eine Support and Resistance Zone zu finden und auf eine Shooting Star Candle zu warten, die uns dann in Kombination mit den anderen signalisiert, dass wir hier den Preis verkaufen sollten und dementsprechend eine Short Position aufbauen. Ich habe hier bereits unsere 50er IMA bereits in den Kurs geholt. Wir sehen, es liegt bereits ein Abwärtstrend vor, der sehr, sehr schön ist und dementsprechend schauen wir uns das Ganze einmal an. Was wir hier direkt analysieren ist, okay, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben ein tieferes Hoch, wir haben wiederum ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Was wir nun also erwarten, ist ein tieferes Hoch, um dementsprechend dann unseren Abwärtstrend nach unten mit einem tieferen Tief zu bestätigen. Das heißt, irgendwas in diese Richtung suchen wir hier als nächstes im Chart, wo wir möglicherweise eine Position aufbauen können, die dann Short ist. Diese Position suchen wir ebenfalls Nähe der 50er IMA, um diese natürlich als Widerstand zu nutzen. Gleichzeitig wissen wir in einem Abwärtstrend, dass wir Support and Resistance dort finden, wo wir das letzte Mal waren. Das heißt, wir fallen auf ein Tief, dieses ist Resistance für das nächste Hoch, wir fallen auf ein Tief, dieses ist Resistance für das nächste Hoch. Das heißt, wir schauen uns entsprechend auch hier diesen Punkt hier an und markieren diesen genauso wie eben wieder im Chart. Dazu mache ich hier diese Trendlinien einmal raus und markiere mir genau dieses Hoch hier. So, jetzt ist dieses Hoch markiert. Wir sehen bereits in dem aktuellen Kurs, dass unsere 50er EMA ebenfalls dort ist und wir schauen mal, was passiert. Hier trifft sich erstmals diese Zone, die wir hier haben, bestehend aus den Wicks und dem Kerzenkörper als Resistance Zone plus unsere 50er EMA. Noch haben wir hier aber kein Signal zu verkaufen. Das Einzige, was wir hier haben, ist eine grüne Kerze und eine sehr viel stärkere rote Kerze, was erstmal gar nicht verkehrt ist. Wir sehen dann, der Preis fällt danach auch, hängt sich aber wiederum in dieser kleinen Support Zone hier und steigt dann wieder an bis zu diesem Moment, wo wir diese Kerze sehen. Und mit diese Kerze meine ich eine ganz bestimmte rote Kerze, die ich einmal hier markieren werde. Und zwar handelt es sich hier um diese genaue Kerze. Und diese Kerze müssen wir hier einmal analysieren, denn wir sehen bereits, sie hat einen sehr, sehr langen Kerzen-Docht und einen sehr kleinen Körper am unteren Teil. Das heißt, wir ziehen einmal unser Financi-Retracement von oben nach unten an und sehen, dass dieser Kerzen-Körper zwischen dem 0er und dem 38,2er Retracement ist und dementsprechend liegt uns hier eine Shooting-Star-Candle vor. Ab dem Moment, wo wir hier eine Shooting-Star-Candle vorliegen haben und diese geschlossen ist, können wir hier eine Short-Position aufbauen. Wie würden wir das Ganze gestalten? Wir sehen also diese Shooting-Star-Candle, bauen eine Short-Position auf und nehmen das nächste Tief. Warum das nächste Tief? Wir sind in einem Abwärtstrend und dementsprechend ist das hier ein sicheres oder halbwegs sicheres Preistarget, was man hier anvisieren kann. Das hier ist also unser Preistarget und damit meine ich ganz genau den Kerzen-Körper hier unten. Deswegen ziehen wir das Preistarget genau bis dorthin. Und wir nehmen natürlich auch noch einen Stop-Loss. Diesen markieren wir hier in Rot. Und diesen setzen wir oberhalb von unserem letzten Hoch plus ein wenig Extra, um natürlich sicherzustellen, dass wenn wir hier das letzte Hoch nach oben hin durchschreiten, das besagt die Theorie Abwärtstrend. Das letzte Hoch wird nach oben durchschritten, folgt der Aufwärtstrend oder zumindest eine Seitwärtsphase und in dieser Seitwärtsphase möchten wir nicht mehr traden oder auch in diesem Aufwärtstrend möchten wir keine Short-Position haben. Das heißt, genau so stellen wir jetzt unseren Stop-Loss ein, wir machen das Ganze mal transparent und schauen dann, wohin unser Kurs geht. Unser Kurs fällt und fällt und fällt und landet hier in unserem Take-Profit. Das heißt, genau so funktioniert diese Strategie. Danach, was wir natürlich wieder sehen, ist, wir steigen wiederum an und machen neue, tiefere Tiefs. Wir steigen wiederum an, machen neue, tiefere Tiefs. Hier hatten wir übrigens ebenfalls dasselbe Beispiel mit einer Shooting Star-Kerze an der 50er IMA. Wir steigen wieder an, machen neue Tiefs und wir sehen, dieser Abwärtstrend geht sehr, 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 sehr lange bis zum Moment, wo wir dann hier aktuell so hoch durchbrochen haben und dann trotzdem ein wenig seitwärts gelaufen sind, anstatt hier in den nächsten Aufwärtstrend hochzugehen. Wir sehen aber aktuell hält aktuell noch ein klarer Abwärtstrend langfristig sogar auf dem 4-Stunden-Chart hier im Euro-US-Dollar statt. Das heißt, wir befinden uns hier in einem sehr, sehr schönen Abwärtstrend, den man ebenfalls auf dem 4-Stunden-Chart nicht nur auf dem 1-Stunden- oder 30-Minuten-Chart traden könnte. Soviel also zu dem Shooting Star. Schreib mir gerne deine Meinung zu dem Shooting Star beziehungsweise der Shooting Star Kerze unten in die Kommentare. Schau dir das Video zur Hammer Candle an, welches die umgekehrte Version des Shooting Stars ist, also eine bullische Kerze. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank an XTB für das Sponsoren des heutigen Videos. Vielen Dank fürs Abonnieren und Liken des Videos. Das würde mir sehr helfen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.